Und der Österreicher, der schon im Weltraum war und mittlerweile Berndorf-Manager ist, ist jetzt bei meinem Studio. Guten Abend, Franz Fieberg. Guten Abend. Guten Abend fürs Kommen. Herr Fieberg, wir haben gerade gehört, die bemannte Raumfahrt, das sei die Königsdisziplin. Andererseits sagt der Chef des Instituts für Weltraumforschung in Graz, es gebe heute überhaupt keinen sinnvollen Grund mehr dafür, Menschen ins All zu schicken. Das könnten Roboter alles sehr viel günstiger und auch viel ungefährlicher erledigen. Er hat sicher recht, dass Roboter vieles viel günstiger machen können. Das ist gar keine Frage. Irgendwann kommt der Punkt, wo der menschliche Intellekt notwendig ist und da braucht man Menschen. Aber ich glaube, bis dahin sollte man die Roboter und die unbemannte Raumfahrt ausnutzen, soweit es geht. Und da hat absolut recht. Aber irgendwann einmal, glaube ich, ist der Mensch wichtig. Und vor allem ist der Mensch auch dann derjenige, der die Emotionen hineinbringt. Und irgendwo, glaube ich, liegt es auch in der Menschheit, Grenzen zu überschreiten, neue Dinge zu erobern. Das macht der Mensch und nicht der Roboter. Die Grenze, die die NASA gerne überschreiten würde, wäre eine bemannte Mission zum Mars. 2021, wie haben es gehört, sollen Testflüge starten. Bis 2035, das ist in weniger als 20 Jahren, sollen Menschen auf dem Mars landen. Alten Sie das für realistisch? Ich halte es für realistisch, weil sich sehr viel momentan in dieser Richtung tut. Also es gibt momentan die internationale Raumstation. Das wird verlängert werden, bis wahrscheinlich Ende der 20er Jahre sozusagen. Die Chinesen wollen zum Mond fliegen. Die Inder haben ein Weltraumprogramm. Es gibt sehr viele kommerzielle, wie wir gehört haben, kommerzielle Initiativen. Das heißt, da tut sich momentan sehr, sehr viel. Und ich glaube, dass da Projekte wie ein Flug zum Mars oder dieses Monddorf von der ESA durchaus sehr realistisch sind. Sie waren eine Woche im Weltall und waren danach ziemlich geschwächt. Jetzt ein Flug zum Mars dauert acht Monate. Nur der Flug hin. Die gesamte Mission an die zwei Jahre richtet man. Zwei Jahre in der Schwerelosigkeit. Die Strahlung dazu. Die unglaubliche Entfernung von der Erde. Allein jede Kommunikation dauert 40 Minuten nur in einer Strecke. Wie gefährlich wäre so eine Mission? Ja, das ist sicher nicht ungefährlich. Da sind auch noch nicht alle Themen gelöst. Also der Mensch ist hier das große Problem. Die Strahlung, die Sie angesprochen haben. Ich sage einmal, zwei Jahre im Weltall unter Schwerelosigkeit. Das ist machbar. Der Rekord liegt mittlerweile 14 Monate. Hat ein Russe gemacht. Da kann man den Körper so weit stabilisieren, dass man gut zurückkommen kann. Aber wie sich das mit der Strahlung auswirkt, das ist noch ein ungelöstes Thema. Würden Sie sich trauen? Ich würde mich trauen, wenn die Voraussetzungen entsprechend gegeben sind. Und wenn das Rückflugticket auch inkludiert ist. Also ein One-Way-Ticket nehme ich nicht. Es gibt ja auch die Idee mit dem One-Way-Ticket. Es gibt immer mehr sehr, sehr reiche Privatunternehmer, die sich in der Raumfahrt engagieren. Es gibt gleich mehrere Milliardäre wie Tesla-Gründer Elon Musk, die Menschen am Mars ansiedeln wollen. Wird das in nächster Zeit passieren? Also in nächster Zeit glaube ich sicher nicht. Ich glaube auch in weiterer Zeit noch nicht, dass wirklich Ansiedlungen und Anhäufungen von Menschen am Mars passieren. Da wird es noch viel Zeit vergehen. Das wird wahrscheinlich dann stattfinden, wenn die Ressourcen dieses Planeten aufgebraucht sind. Dann wird der Mensch irgendwo anders hin auswandern sozusagen. Aber halten Sie das wirklich für realistisch? Und warum gerade ein Lars? Der schaut echt ungemütlich aus. Wahrscheinlich, weil er der Nächste ist. Und da momentan das am Realistischen ist, dass der Mensch hinkommt. Aber wie gesagt, das wird nicht in den nächsten 100, 200 Jahren für mich passieren. Und diese Forschungsstation am Mond, die da geplant ist, ist die realistisch? Das ist glaube ich schon sehr realistisch. Das ist ein Projekt der ESA, die das momentan sehr intensiv verfolgt. Und ich glaube schon, dass das wahrscheinlich in den nächsten 10, 15 Jahren Realität werden kann. Viele Menschen sagen, warum investiert man so viele Milliarden jedes Jahr in die Raumfahrt? Das Geld wäre doch viel sinnvoller auf der Erde eingesetzt. Also ich glaube, das Geld, wenn man es nicht in die Raumfahrt investiert, wird nicht jetzt sinnvoller woanders investiert, sondern es wird dann gar nicht investiert. Und ich glaube, dass durch solche Projekte sehr viele Technologien entwickelt werden und sehr viele Leute sich mit positiven Dingen beschäftigen. Und das ist für mich eigentlich das Wesentliche und auch der Ansporn, junge Leute dafür zu begeistern, als wenn sie sich dann mit anderen, ich sage mal, nicht sehr sinnvollen Themen auseinandersetzen. Sie waren als einziger Österreicher je im Weltall. Jetzt mal ganz ehrlich, haben Sie da draußen intelligentes Leben gesehen? Ich wäre froh, wenn ich es gesehen hätte, jetzt habe ich es aber leider nicht gesehen. Glauben Sie, dass es da draußen intelligentes Leben gibt? Ich sage mal so, rein mathematisch gesehen ist die Wahrscheinlichkeit gegeben, aber ich kann mir das nicht vorstellen, wenn wenn, dann ist es extrem weit, wo ich zwar weiß, dass es sehr weit ist und der Intellekt sagt, es ist weit, aber ich kann mir das nicht vorstellen. Also wir werden uns nicht treffen? Das wahrscheinlich nicht. Herr Fibbeck, vielen Dank für den Besuch im Studio. Danke. Danke.